Yo Leute ich bin Zeuglina und heute starten wir mit dem Vlog Part 13 und dieses Mal habe ich meine Kamera ein bisschen strahlen lassen wegen Licht ich kann euch und hier ist noch ganz schlechte Wetter da draußen ich zeig euch mal kurz zu bitte ich mach das mal es windet regnet hier ist und ja ich mache euch wieder zu so Leute tschüss